Analyse der Vergangenheit als nächster Schritt zum Redesign. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG. Ich habe in meinen letzten beiden Beiträgen zum Thema Redesign erstens über Personas gesprochen und im letzten dann über die Ziele und Massnahmen, die man sich setzen sollte. Heute geht es über die Analyse der Vergangenheit, was ein ganz wichtiger Faktor ist. Denn wenn ich das nicht habe, kann ja auch sein, dass ich die nicht gemessen habe, dann fehlt mir natürlich einiges an Wissen für das Redesign. Ich habe hier ganz symbolisch mal die Startseite von Google Analytics, die Übersicht genommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo ich mich bedienen sollte oder was ich mir anschauen kann. Beispielsweise sollte ich mir anschauen, was für Sprachen ich benötigt oder was für Sprachen benötigt wurden auf der Seite drauf. Mit welchen Sprachen kommen die Leute auf meine Seite, aus welchen Ländern kommen sie auch. Lohnt es sich überhaupt, was auf Italienisch zu machen? Oder ist es wie hier eher vernachlässigbar, dass ein Beispiel eines Punktes, den ich checken sollte. Dann ganz wichtig in der heutigen Zeit, mit was für Endgeräten kommen sie auf meine Seite drauf. Wie in dem Fall, hier nimmt der Desktop eher etwas ab. Die Smartphones, hier mit Mobile gekennzeichnet, haben zugenommen um rund 3%. Und dasselbe bei den Tablets, auch die haben um 2,5% zugenommen. Also dass man dem Rechnung trägt. Und dann auch ganz wichtig, die Screen Size. Ich habe unten eingerahmt, diejenigen, welche auf Whitescreen sind. Das ist heute Standard, mindestens 12,80 breit. Also eher in die Breite arbeiten, als eben in die Höhe. Da habe ich nachher genug Platz zum Scrollen. Das geht problemlos auf dem Desktop wie auch auf dem Handy. Und unten habe ich noch die, 68 mal 1024. Das ist ein Tablet im Hochformat. Das meistverwendete übrigens nicht quer, sondern hoch. Also auch hier schaue ich, was für Grössen heute verwendet wurden. Und ein ganz wichtiger Faktor, und eigentlich fast das Wichtigste dann ist, dass ich mir anschaue, welche Websites, welche Sites in meiner Webseite wurden heute angeschaut. Wie haben die auch performt? Was kann ich da noch steigern? Wo kann ich mich da noch mehr reinhängen? Welche Sites muss ich auf jeden Fall wieder bringen? Und welche kann ich notfalls auch weglassen? Also ein wesentlicher Faktor, dass ich mir aus der Vergangenheit hier diese Inputs rausziehe. Das also ein ganz entscheidender Punkt. Nicht einfach sagen, was vergangen ist, das interessiert mich nicht mehr, sondern ich gehe da rein, hole mir die ganzen Daten raus. Wir machen da dann meistens so eine Präsentation mit vielleicht 40 Slides, auf denen wir die ganzen vergangenen Daten rausziehen, schön aufzeigen und dann aus dem wieder rausschälen, was ich eben in Zukunft besser machen kann, was ich unbedingt wieder bringen sollte. Das ist also der dritte Pfeiler bei einem Redesign, nachdem wir Personas definiert haben. Als erstes dann die Ziele und Massnahmen und jetzt dann beim dritten Schritt mit den Vergangenheitsdaten, die man hier rausziehen muss. Ich würde mich freuen, wenn ich Kommentare kriege oder Fragen. Gerne. Mein Name ist Philipp Sauber und ich bin von der Rienemagel.